Der Terror beginnt wieder! Ich glaube, das war's. Giftpfeil. Dafür brauche ich jetzt kein Dings, ich hole mir mal ein... Kann ich das eigentlich hier dran auch anzünden? Nö, nö, das geht natürlich nicht. Ich kann an einem Feuer meine Fackel nicht entzünden. Ich muss dazu zu einer Fackel oder zu einem Leuchtfeuer. Gut, Dark Souls-Logik ist mir auch recht. Ist ja gleich hier hinten. So, wenn ich jetzt zu einem anderen Feuer kommen würde, würde ich ja nochmal zurückreisen zum letzten Feuer und gucken, dass ich dort die Items noch kriege. Die Items, nicht Items. Von der Seite kannst du das nicht nehmen. Du musst von der Seite. Sehr fein voraus. Vorsicht, find's der Geists Hinterhalt. Schlüssel wird benötigt, deshalb versuche Boss. Am Arsch. Ja moin. Ja moin, ist klar. Ich bin ausgewichen. Ja moin, jetzt nimmt er das Thread in beide Hände. Hier. Na komm. Großer Fehler mein Freund. Das lassen wir hier nicht durchgehen. He 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 he. Du bist ja ein Noob. So. Heimatknochen, natürlich. So. Ich hab so ein bisschen Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, vor dir jetzt eher weniger. Mein Problem ist eher, dass mein Schwert gleich Geist aufgibt. Das Vieh hat mich noch fett vergiftet. Das Vieh hat mich noch fett vergiftet. So. Schwert ein bisschen repariert und jetzt... Ja moin, hier ist dunkel. Alter, dein... Dein Ernst. Hilfe, Freund. Fackel wird benötigt. Alter, das ist ein fucking Spinnennest. Als ob. Dark Souls will echt mein Leben fisten. Ich hab den Heimkehrknochen. Habe ich eigentlich den Zauber, der mir Licht über den Kopf macht? Fällt mir grad so ein. Lichtschein. Hm. Sollten wir vielleicht mal ausrüsten. Wir haben ja, glaub ich, vier Zaubereislots. Vier Zaubereislots haben wir, glaub ich. Alter, das ist ein Ray of no return, ne? Wenn ich jetzt gefisstet bin, benutze ich den Heimkehrknochen. Bin ich... Bin ich jetzt... Ah, ist das ekelhaft. Spinnis! Okay, so anzünden. Gegenhauen? Kommt da was? Ist das widerlich. Oh, ne. Ich geh doch nicht über das Spinnennetz. Ja, moin. Er geht da runter. Jetzt bin ich extra die Fackel entzünden gegangen. Und jetzt sagt mir das Spiel, da ist eine Spinne, die ich am liebsten wegschießen will. Ja, moin. Komm schon, Spinni, Spinni. Ja, moin. Ist klar. Dichter habe ich auch gesehen. Oh, wie die da noch hängt. Fackel. Ja, nice. Fackel. Ich habe für drei Stunden Fackel. Fahrauswahrheitsverkündige. Ja, moin. Eine Spinne. Nein! Wieso habe ich den Bogen im Rand? Oh, da unten ist Feuer. Ja. 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 Vielen Dank. Es ist so ekelhaft. So richtig ekelhaft, Alter. Ich kann hier nicht mal... Ich kann hier nicht mal springen. Am Arsch. Da ist ein Bosskampf hinter. Boah, ey. Jo, moin. Guck mal, wo wir wieder sind. Jetzt können wir uns die Items auf jeden Fall noch holen. Und wir haben immer noch keine, die spawnenden Gegner. Ah, fuck. Da hängt auch noch die Spinner an der Wand. Irgendwie machen die nichts, wenn die an der Wand hängen, oder? Okay, die Frage ist, wann kriege ich den Schlüssel für die Tür da unten? Kriege ich den irgendwann später erst? Von da muss ich da hin, okay. 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 Wir gehen jetzt, wie der Jawah algorithmmos говорит. Und da geht's. verbsبرgpabs contents. Alles klar. Nein! Ich habe gerade 15.000 Seelen im Sand gesetzt. Okay. Weil ich zu blöd bin, eine Rolle zu machen. Aber da stand was vom Leuchtfeuer. Das heißt, eventuell... Stille Lichtschein. Das Schild tauschen wir auch mal aus. 24 Intelligenz habe ich schon. Schwerer Zielflugseelenfall. Den können wir nicht benutzen. Zielflugseelenmasse. Seelenregen. Seelenstrudel. Dann können wir immer den Seelenregen. Probieren wir den mal aus. Was war das jetzt? Ich will wenigstens ein neues Leuchtfeuer erreichen jetzt in der Folge noch. Oh, dann der Aufnahme. Okay. So wie es halt bei dir. LOL. Der ist ja fett. Hinterhalb voraus. Mann, ich habe schon wieder 4000 Seelen. Fürs Nichtstun. Eigentlich. Nein! Blitzohrne. Leuchtfeuer voraus, Hurra für Rettung. Ja, komm. Komm, wie die Sau gleich ankommt. Ja, komm. Ja, hast gedacht, wa? Vorsicht, Insekt. Die Frage bei dem Leuchtfeuer ist jetzt, ist das gefährlich? Also sind die jetzt immer hier? Ja, voraus. Wie? Ja? Ja? Willst du mich rollen? Ich hab das Feuer nicht angemacht, ne? Hab ich das Feuer angemacht? Oder hab ich es nicht angemacht? Ich hab das Feuer nicht mal angezündet, Alter. Ich bin so blöd. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber die Tür dürfte auf sein. Dafür musst du leiden, du blöde Spinner. Geht leid. generated Das war's. Theoretisch müsste die Tür unten auf sein. Theoretisch. Kann ich das von hier sehen? Nein, natürlich nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, weil ich ihn tut. Ja, die Tür ist auf. Ach, komm mal, da hängt auch gleich eine Spinne da drüber. Ach, nö. Ich komm mit der Steuerung grad schon wieder nicht klar. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Mehr Spinnen sind hier nicht. Doch, da oben hinkt noch eine. Die krieg ich aber von hier nicht. Da ist auch noch ein Item. Wie komm ich da denn ran? Hö, hä, hä. Hö, hä, hä. Wir hatten das eine da hochgeschafft. Oh ja. Oh, die Spinnen sind wieder da. Scheißfrosch. Nein! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaub das jetzt nicht, Alte. Wie kann man nur so scheiße sein? 20.000 Seelen im Sand gesetzt diesmal. Mal wieder. Ich will doch nur zu dem Scheißfeuer. Mann, ey. Ach nee, ich... Probier das mal. Schnell hier rein. Große Titanin-Scherbe. Mann, ey, wie die einen auf den Sack gehen. Ja, ich hab gecheckt, dass du mich, äh... treffen kannst von da hinten. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ja, jetzt nehm ich das Gift. Scheiß, Alter, fick dich. Das geht gar nicht gerade. Du gehst mir tierisch aufm... Geht mir das auf den Senkel. Das geht mir so auf den Senkel, ne? Da glaubt ihr mir gar nicht. Und wieder. Wenn ich... Na klar, ich bin fast tot. Ja, moin. Leck mich doch am Sack. Ja, dreh dich um, nu. Hier, du, ne? Erstmal schön den. Und den hinterher. Zweimal. So, gehen wir nicht auf den Keks, Junge. Blöde Nervensäge. So. Willst du mich verarschen? Das Vieh springt einfach freiwillig in den Tod. Okay. Ich brauche Pfeile. Was lassen die... ...fallen, wollte ich wissen. Zwei haben wir. Naja, gut. Pfff Nein, Mann, das kann doch nicht wahr sein Ich komm verdammt noch mal nicht an dieses Diese schöne Lagefeier Alter, der Spinn Mein Nemesis in diesem Spiel Jetzt muss ich aufpassen, die killen mich One-Hit, wenn ich Pech hab Wucht euch das an Zieht euch das rein Ich will doch bloß das scheiß Feuer da unten aktivieren Ich will doch noch mal Schau mal an Weiße Höllen-Magier-Kapuze. Die Leuchtfeuer hier sind so scheiße platziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, diese Verfolgungskacke geht mir auch so auf den Sacken. Alter!